Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollte ich mal das Spiel für eine gewisse Zeit von selbst spielen lassen, denn ich schaue mir selber diese Videos sehr gerne an. Jetzt tue ich es einfach mal selber und bin gespannt, was daraus hier passiert. Ich habe mir dieses Grundstück von The Sims hier runtergeladen, wo sie, also was sie gebaut hat für Unpaused Gameplay, weil sie hat ja einen Livestream gemacht und dann bla bla ne. Ich habe natürlich mich selber hier dabei. Mit dabei ist auch Mortimer Grusel, Bella Grusel, mein Freund, Baby No Money, Young Gravy, Eliza Pancakes und Bob Pancakes. Ich habe allen so ein paar Merkmale hier gegeben, wie gut die sich verstehen oder halt nicht. Und ich hoffe, dass daraus dann ein paar witzige Sachen entstehen. Ich bin sehr gespannt, was hier raus dann passieren wird. Ich werde dann irgendwann wieder an den PC gehen, wenn ich von der Arbeit komme, I guess. Beziehungsweise werde ich dann halt wieder hier reinschnallen. I don't know. Wir haben jetzt gerade 21 Uhr, 22. Mai. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder, I guess. Also ich aktiviere jetzt noch meinen Cheat, dass keine Pop-Ups kommen, damit das ja auch vernünftig durchlaufen kann. Dazu braucht ihr übrigens, falls ihr das machen wollt, braucht ihr auch diese Mod von Twisted Maxi, wo man alle Cheats wieder aktivieren kann, weil diesen Cheat gibt es offiziell nicht mehr. Aber für dieses Video brauche ich den logischerweise, weil ich habe keine Lust, 5 Millionen mal hier zu gucken, was hier abgeht. Ich bin sehr gespannt, was hier passiert und was nicht. Und I guess, wir sehen uns dann morgen wieder. Beziehungsweise ihr seht mich in ein paar Sekunden, aber für mich vergehen einige Stunden. Tschüssi. Ich wollte gerade eine Anmoderation machen, aber irgendwie ist das schon passiert in diesem Video. Ich bin es nicht gewöhnt, dass man an verschiedenen Tagen aufnimmt für ein Video. Ich bin hier gerade noch in Origin, weil ich mich noch nicht getraut habe, ins Spiel selber reinzuklicken. Ich habe Angst. Okay. 3, 2, 1. Okay, 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 okay. Oh, alle stinken anscheinend, I guess. Ich bin gestorben. No way. Hey, wo bin ich? Wo bin ich gestorben? Wo ist mein Grabstein? Habe ich keinen Grabstein, Dicki? Oder bin ich blind? Oder beides. Aber wie ist kein anderer gestorben? Wie? Hä? Wie kann ich denn da sterben? I don't get it. Geh mal so weit zurück, wie ich kann. Und wir schauen mal. Ich habe das vergessen zu zeigen. Aber wir sind am ersten Frühling gestartet. Das heißt, wir sind jetzt... Das ist Sommer, ne? Nee, Frühling. Das heißt, wir sind etwas über ein Jahr mindestens jetzt hier dabei gewesen. Also ich glaube ein Jahr. Wir schauen einfach mal, was wir hier so... Also es ist ja nicht alles. Aber mal gucken, was wir so herausfinden. Ja, okay. Die haben hier ja so gekocht, ne? Ganz toll. Ein Bienenschwarm stößt auf Baby No Money herab. Okay. Es wurde nicht verhütet. Okay. Die hatten ein bisschen Spaß in den Backen. Stimmt. Wir haben ja dann gar kein Wasser und so mehr gehabt. Upsi. Das habe ich irgendwie nicht bedacht. Das hat da anscheinend auch gebrannt. Spannend. Wie ich hier gerade sehe. Fledermäuse waren auch da. Bella und Mortimer haben Spaß in den Backen gehabt. Im Sinne von, sie haben Gefühle erhalten. Toll. Leisa hatte Besuch von Spinnen. Also hier sind die ganze Zeit so Viecher entgegengekommen. Und da hat es gebrannt. Und Niklas hat den Brand als erstes entdeckt. Ich wäre nichts mutmaßen, aber ich glaube, ich weiß, wer den Brand eventuell auch rausgelöst hat. Ich habe die Gitarrenfähigkeit erworben. Toll. Lebensstil gewonnen. Mortimer hat den Lebensstil Adrenalin-Jagen freigeschaltet. Was? Das habe ich noch nie bekommen. Können wir mal ganz kurz schauen. Seine Needs, Alter. Was ist da denn passiert? Sims mit den Lebensstil Adrenalin-Jagen suchen die Gefahr, das Abenteuer hat manchmal sogar das Drama, um in den Genuss eines Adrenalinkicks zu kommen. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizuhalten, solltest du gefährliche Orte erkunden an Streitereien teilnehmen. Draußen-Technomächtel haben eine gefährliche Karriere verfolgen und aufregend mit jeder Form sucht und stelle nur sicher, dass du das alltäglich vermeidest. Alles klar. Mortimer und Niklas haben sich anscheinend sehr gut verstanden. Aber ich habe ja anscheinend dann doch noch ziemlich lange gelebt, ne? Also wenn ich hier noch Adrenalin-Jagen bekommen habe und so. Oh, guck mal, mein Geist ist sogar hier. Was ist da los? Hey, was fällt dir denn ein? Ich weiß gerade auch nicht. Eliza Pancakes und Jay werden beide in ihren allerersten Kampf verwickelt. Entschuldigung? Jay und Eliza verabschollen sich jetzt. Okay. Ja, hier war die Pinnwand dann voll. Hm, also es wurden auf jeden Fall einige Sachen gelöscht, die wir jetzt nicht mehr herausfinden können. Das ist natürlich Seed. Bella und Niklas sind soeben gute Freunde geworden. Toll. Jay konnte das Gift nicht abwehren. Der Vergiftungsprozess ist fortgeschritten und der Zustand hat sich weiter verschlechtert. Du solltest bald etwas unternehmen. Was für ein Gift! Kommt das von diesen Tieren oder sowas? I don't know. Ich bin überfordert, Leute. Dann bin ich nicht mal an der Sonne verreckt, sondern an Gift. Bob und Young Ray, wir sind soeben gute Freunde geworden. Ja. Sehe ich. Ein Gerichtsvollzieher ist zwischendurch auch vorbeigekommen. Läuft. Wow, du hast tatsächlich nichts Wertvolles, das ich fänden könnte. Ich schätze, du hast wohl wirklich alles verloren. Wenn du nicht bald mit der Rückzahl an deiner Schuld anfängst, muss ich allerdings wiederkommen. Und das wollen wir doch beide nicht, oder? Schade. Die sind alle gesellig. Toll. Jay erliegt einer Vergiftung. Das habe ich noch nie gesehen. Was zur Hölle? Woher kommt das? Warum? Liebestag war grauenhaft. Schade, Marmelade. Immerhin haben die alle hier Sachen repariert. Toll. Ja, und ich möchte mich jetzt bedanken, dass die Leute alle gute Nachbarn sind. Ähm. Ey. Ich glaube, mir geht es nicht so gut. Ich weiß nicht, woher ich diese Annahme nehme. Aber den anderen ging es ja dann eigentlich ganz gut soweit, ne? Die haben sich auf jeden Fall ganz gut gekümmert. Also, ich meine, das sieht jetzt natürlich schrecklich aus. Aber sie haben zumindest überlebt. I guess. Bella sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber sie... Oh. Hm. Das ist... Hm. Okay. Es ist keiner an der Kuhpflanze gestorben. Und keine Kuhpflanze ist tot. Ja, ihm geht es nicht so gut. Bei ihm ist auch ein bisschen kritisch in der Kiste hier. Das... Äh. Äh. Okay. Bob, Bob. Bob. Bob geht es gut. Ist auf jeden Fall wild, was hier abgegangen ist anscheinend. Ich... Ich... Ich weiß auch nicht. Ich bin verwirrt. Not gonna lie. Mich würde ja mal interessieren, ob ihr das jetzt in irgendeiner Form spannend fandet. Oder... Ob euch das jetzt gar nicht gejuckt hat. Also ich persönlich fand es auf jeden Fall wild, was meine Sims so anstellen, wenn ich nicht da bin. Also anscheinend habe ich mich ja selber umgebracht mit einem Gift. I don't know, wie das passiert ist. Aber mein Sims-Helf hat gar keinen Bock mehr. Glaube ich. Ich denke, wir sehen uns dann bei einem normaleren Video beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und... Tschüss. Tschüss.